Also erstmal bei der Airbnb ist es immer spektakulär, also auch diesmal das Thema wieder, man kommt hierher und der erste Blick reicht und man ist fasziniert. So viel Aufwand, der da auch immer betrieben wird. Einfach nur damit es geil aussieht. Ja, ich fühle es immer mit dem Festival gewachsen und es ist einfach Wahnsinn, wie das auch sich in den Laufe der Zeit gesteigert hat und größer geworden ist und die Bühnenbilder immer krasser werden. Irre, ja. Also die Leute sind immer geil drauf und haben Bock und sind immer von der ersten Sekunde gleich da und machen mit. Hey, ich bin's Nico von Gestaddo Agai und ich freu mich schon mega. Air Beat One 2019 wird wie jedes Jahr geil und ihr seht es dann im Aftermovie. Aufwand time ist ein bisschen 힘들, aber aufhörarde weiter! Mö renewable ...